Hallo, ich bin Ina Ruge, ich bin Journalistin, ich bin Autorin, Moderatorin und Biologin. Und in meinem neuen Buch behaupte ich, Verjüngung ist möglich. Sie sagen wahrscheinlich, wie unseriös, Jungbrunnen gibt es nicht. Und ich sage, Sie haben recht, Jungbrunnen gibt es nicht, aber wir können die Alterung unserer Zellen deutlich verlangsamen. Seit Neuestem können wir sie sogar verjüngen. Und da so viel Unseriöses auf dem Markt ist zum Thema Jungbleiben, habe ich nur die Informationen in meinem Buch aufgenommen, die wissenschaftlich absolut gesichert sind. 25 Professoren, Topwissenschaftler haben mich beraten. Und wir haben alles Wichtige zusammengetragen zu den Themen Ernährung. Was hilft uns da wirklich, um lange gesund zu bleiben? Zum Zweiten Nahrungsergänzungsmittel, die den Markt fluten. Was hilft da wirklich? Natürlich das Thema Sport, Ausdauersport, Kraftsport. Was ist wichtig für ein gesundes, langes Leben? Was ist die richtige Atmung dafür? Und auch der tiefe Schlaf, wie kann ich den finden? Vielleicht ein ungewöhnliches Thema, die Hormonersatztherapie. Da hat sich herausgestellt, die verjüngt die Stammzellen, hält uns Frauen über 50, also jung. Sie können so viel tun, um länger gesund zu bleiben. Also fangen Sie damit an. Ich gebe Ihnen in meinem Buch Orientierung, die absolut wissenschaftlich gesichert ist, in diesem Dschungel der Versprechen. Also, Verjüngung ist möglich. Fangen Sie an. Sie können so. Dschungel. Dschungel. Untertitelung des ZDF, 2020